So, hallo ihr Lieben, heute schauen wir uns mal wieder einen bekannten Gast bei uns an, und zwar den Maxim Markiewicz und wir zeigen dir heute unsere Glücksmaster-Erfahrungen. Das bedeutet, wir haben uns den Kurs geholt, haben für dich einen exklusiven Blick in den Mitgliederbereich geworfen und werden dir jetzt gleich mal zeigen, was da genau so behandelt wird und was es geht und ob es sich lohnt, den Kurs zu kaufen. Kurz mal vorab, wenn du denkst, der Kurs ist, was für dich und ihn dir holen möchtest, dann kannst du es gerne unter unserem Gesundheitsbooster-Link unter dem Video machen. Dann erwarten dich nämlich noch Geschenke im Wert von über 300 Euro mit dazu. Und zwar sind es die 7 goldenen Ernährungsregeln, mit denen du nie wieder auf irgendwelche Diäten angewiesen bist und einfach gesund leben kannst. Das ist unser Supplement der Expertenguide, welcher dir die wichtigsten Nahrungsergänzungsmittel zeigt, die auf keinen Fall fehlen dürfen in deiner Ernährung. Heilmittel sind da auch mit dabei aus der Natur, damit einfach Krankheit ein Fremdwort für dich wird. Das ist sowas wie Ingwer, das sind verschiedene Heilpflanzen, Heilkräuter und eine super tolle Ergänzung. Das ist die ultimative Detox-Formel, mit der du bis zu 9 kg Müll und Gift aus deinem Darm ausleiten kannst. Das sammelt sich mit der Zeit an und so wirst du es wieder los. Das sind die Geheimnisse der Fettverbrennung, welche dir helfen, ohne quälende Trainingseinheiten deinen Körper zu einer Fettverbrennungsmaschine umzuprogrammieren. Und zu guter Letzt die 12 Minuten Stretch-Routine, welche du einfach jeden Morgen machen kannst, um alle Muskelgruppen zu aktivieren, dass du stark fühlst, dass du dich gut fühlst am Morgen und damit du deinen Körper zu dem eines geschmeidigen Geparden umprogrammierst. Ist eine perfekte Ergänzung zum Kurs. Würden wir dir einfach mit dazugeben, einfach unter dem Gesundheitsbooster-Link den Kurs sichern und uns eine kurze Mail schreiben, dann bekommst du alles gratis für dich mit dazu. So, dann würde ich sagen, lass uns gar keine Zeit verlieren. Wenn du dir den Kurs besorgst, dann hast du hier schon den internen Mitgliederbereich. Der Kurs ist aufgebaut wie ein Seminar. Das bedeutet, das ist hier einfach ein Live-Mitschnitt von seinem Seminar. Das bedeutet, hier hast du die verschiedenen Einheiten und hier wird dir quasi live gezeigt, um was es da genau geht. Ich fasse es dir mal kurz zusammen. Also du siehst hier mit Maxim, wie er redet am Anfang. Eins wahrscheinlich nach der spannendsten Themen, warum? Machen wir es mal praktisch. Wie viele sind von Natur aus hier tendenziell eher blond? Also wirklich flott, dass die Welt grünet gegenfragen. In der Festanstellung aktuell. Okay, selbstständig oder eigenes Besuch. Wundervoll. Wer ist unter 30? Unschamante Fragen. Wer ist das andere? Okay, vielen Dank. Ich meine, ihr allen passt. Wozu die drei Fragen? Ich glaube, dass es unabhängig davon, wie wir aussehen, was wir beruflich tun, wo wir herkommen, dass diese eine Sache gemeinsam haben, die uns alle verbindet. Und es ist, wir wollen alle glücklich sein. Und die Frage ist, wie gelingt ein glückliches, erfülltes Leben? Und damit ist eigentlich auch schon der Grundton gesetzt für den ganzen Kurs. Das bedeutet, er widmet sich hier der Frage der Maxim, was ist Glück, was ist Lebensglück und wie gelingt uns allen ein glückliches Leben? Weil das ist am Ende das, was wir wollen. Der Maxim macht es auf seine typische, charmante Art, falls du den noch nicht kennst. Der ist seit über 15 Jahren im Gebiet tätig. Ein faszinierender Mensch, muss ich sagen. Wir haben ihn auch schon mehrmals seine Inhalte reviewed und haben Erfahrungsberichte geschrieben. Unter anderem seinen Soulmaster, was ich persönlich finde, was ein sensationell toller Kurs ist, der auch viel mehr in die Tiefe geht. Da geht es mehr über Lebensbestimmungen und alles, aber dafür am Ende zu noch mehr. Auf jeden Fall, die Frage hat sich schon im alten Griechenland gestellt. Was ist Glück wirklich? Was ist Lebensglück? Wie kann man es erreichen? Und die Menschen fragen sich es seit jeher. Er unterteilt es in die vier Bausteine des Lebens. Das ist Gesundheit, Beziehung, Beruf und Spiritualität. Darauf baut alles auf. Und wenn du, es ist nicht so, dass wenn du drei von vier hast, dass du dann zu 75% glücklich bist, sondern dann bist du zu 100% unglücklich, denn du brauchst einfach alles dafür. Die Gesundheit muss passen, die Beziehung zu der Mitmenschen muss passen, der Beruf muss passen, die Spiritualität oder wie er es auch nennt, die Verbindung nach oben, die muss auch passen. Eins davon Totalausfall ist, dann kannst du einfach nicht glücklich werden und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und in dem Seminar hier geht er einfach über die verschiedenen Bausteine. Das bedeutet, das ist ein sehr guter Rundumblick hier, in dem er einfach sehr anschaulich zeigt, okay, was ist Liebe, hier hat er ein paar Charts mit dabei, was ist Glück, was ist Gesundheit und wie du für dich erkennen kannst. Logischerweise gibt er hier keine Pauschalantwort, sondern er zeigt dir, wie du es für dich herausfindest. Was mir sehr gut gefallen hat hier ist, dass immer wieder interaktive Übungen gestellt werden. Das bedeutet, er gibt dir eine Aufgabe vor und du kannst sie dann einfach nachmachen. Das bedeutet, du schaust dir nicht einfach eine zwei Stunden Frontbeschallung an, sondern du darfst immer mal wieder auf Pause drücken, du darfst die Übungen aufschreiben, Notizen machen und darfst es dann mitmachen. Das ist sehr schön gemacht. Das ist, wie gesagt, dieses zwei Stunden Video und du kannst da einiges von lernen. Maxim hat verschiedenste Kurse, wie du vielleicht schon auf seiner Seite gesehen hast, Glücksmaster. Hier ist die Homepage nochmal gezeigt. Das bedeutet, er hat wirklich viele Sachen, in denen er seinen jeden Kurs das behandelt. Hier haben wir den Glücksmaster, wie gesagt, und da geht er wirklich tief drauf ein. Der Glücksmaster selber ist ein sehr guter Überblick. Jedoch sollte dir auch klar sein, und da müssen wir ehrlich sein, dass du in diesen zwei Stunden eine Veränderung definitiv erleben wirst, wenn du alles richtig sauber mitmachst, jedoch er nicht so extrem in die Tiefe geht. Das bedeutet, meine persönliche Meinung ist, es ist ein gutes Einstiegsprodukt, um Maxim kennenzulernen, um seine Theorie kennenzulernen, um seine Lehre kennenzulernen, um mal mit ihm zu arbeiten und einen wirklich starken Rundumblick zu bekommen über das Thema Glück. Du bekommst zu allen Themen was Schönes aufgetischt, du kannst dir überall was dazulernen und es ist ein schöner Rundumschlag. Wenn du mehr lernen willst, dann würde ich dir tatsächlich noch den Soulmaster empfehlen. Das fand ich einen sensationell tollen Kurs. Können wir dir unten im Artikel auch nochmal verlinken. Falls du da nochmal einen Erfahrungsbericht anschauen willst, da siehst du auch, dass der jetzt deutlich mehr in die Tiefe geht, um die verschiedenen Module. Da geht es halt um Bestimmungen, deinen Weg finden und alles, oder andere Kurse. Schau gerne mal auf die Seite von Maxim, die wir haben, die Gesundheitsbooster-Seite, und da siehst du, welcher Kurs was behandelt und was gerade für dich passt. Genau, ansonsten, wenn du danach auf der Suche bist, ist der Glücksmaster ein wirklich toller Kurs für den Überblick. Auch in verschiedenen Inhalten ein bisschen in die Tiefe zu gehen, aber viel kannst du halt einfach in diesen zwei Stunden nicht in die Tiefe gehen. Also du kannst nicht Gesundheit alleine während Tagesseminar, Beziehungen, Beruf, es gibt so viel zu den Themen zu sagen. Aber hier hat er eben, wie gesagt, einen tollen Überblick geschaffen. Deswegen, falls du danach auf der Suche bist, zu dem Einstiegsprodukt, hier wirklich zum Thema Glück was zu lernen, dann ist der Kurs von Maxim super. Kann ich dir empfehlen. Seine Methodik, wie er da rangeht, das ist einfach toll. Also hier, du hast die Säulen glücklicher, erfolgreicher Menschen, du siehst, worauf es kommt. Du kriegst ein paar tolle Techniken an die Hand, also das erfüllt dir hier alles. Und Gedankentanken wurden jetzt zu Greater umgenannt, da hat er gestartet. Der Mann ist toll, also ich persönlich finde ihn Maxim klasse. Ich kann ihn von ganzem Herzen empfehlen und seine Inhalte. Und jeder aus der Branche kann es natürlich auch, weil er einfach ein faszinierender, toller Mensch ist. Sichern dir einfach unter dem Gesundheitsbooster-Link. Das bedeutet, da bekommst du noch Geschenke im Wert von über 300 Euro mit dazu. Die sind eine perfekte Ergänzung. Das sind die sieben goldenen Ernährungsregeln, weil das einfach ganz stark mit der Gesundheit zusammenhängt. Anhand einfacher Regeln kannst du deine Ernährung umstellen. Das ist der Supplement der Expertenguide, weil auch mit der besten Ernährung fehlen einfach manche Stoffe in der aktuellen Zeit. Vielleicht bist du Vegetarier, Veganer oder sonst was. Und du hast einfach Mangelerscheinungen, von denen du noch gar nichts weißt. Und mit diesem Guide weißt du, worauf zu achten ist. Du kannst du eventuell mal einen Bluttest machen und da wirklich deine Gesundheit auf ein nächstes Level bringen. Das ist die ultimative Detox-Formel, mit dem du die ganzen Müll, der sich in deinem Darm aneignet, einfach mal ausschlacken und ausspülen kannst. Da werden einige Kilos fließen, das sage ich dir, wenn du das das erste Mal machst. Das sind die Geheimnisse der Fettverbrennung. Weil es einfach nicht sein muss, dass du jeden Tag stundenlang läufst, dass du irgendwie FDH-Konzepte fährst. Du kannst einfach durch tolle Techniken, die wirklich jahrzehntelang geprüft sind, deinen Fettverbrennungsmotor anwerfen und über Nacht abnehmen. Und das letzte ist die 12-Minuten-Stretch-Routine, weil du einfach im Alter nicht gebrechlich und unflexibel sein willst, sondern du willst einen tollen, vitalen Körper haben. Und mit dieser Routine, die kannst du jeden Morgen kurz mal machen und du wirst dich einfach dynamischer und besser fühlen. Genau. Wenn du dir den Kurs unter unserem Gesundheitsbooster-Link sicherst, bekommst du das alles noch gratis mit dazu. Schreib uns einfach nur eine kurze Mail, gib uns Bescheid und wir schalten dich für alles frei. Kostet nichts extra. Ansonsten, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Kurs. Schreib uns eine Nachricht, wenn dir das Video gefallen hat. Like bitte, kommentiere uns. Das ist Wertschätzung für unsere Arbeit und es hilft uns ungemein weiter. Du kannst auch gerne kommentieren, wenn dich irgendein Kurs interessiert im Gesundheitsbereich. Irgendein Ernährungskonzept, Pilatus-Kurs, whatsoever. Alles im Bereich Gesundheit. Wir schauen es uns an. Wir zeigen dir, wie der Mitglieder der Bereich aufgebaut ist. Und ob sich eine Investition wirklich lohnt. Hier hast du unsere ehrliche Meinung und musst kein Geld mehr verbrennen. Deswegen, like, teile, kommentiere und ich freue mich schon. Ich wünsche dir noch viel Gesundheit. Bis dahin. Ciao, ciao.